Glatte Haare für immer? Naja, zumindest für einen bestimmten Zeitraum. Bekommt man ganz einfach mit den Produkten von Smoothie hin. Das ist nämlich eine natürliche, nährende und vegane Alternative zu der regulären Keratin-Haarglättung. Die Anwendung der Produkte ist auch super easy. Nachdem ich die Haare meiner Kundin gewaschen und geföhnt habe, habe ich ihr anschließend überall das Smoothie Smoothing Spray reingesprüht und anschließend mit einem Kamm durchgekämmt. Die Einwirkzeit beträgt 60 Minuten. Danach habe ich das Produkt gründlich mit Wasser ausgespült, habe ihre Haare trocken geföhnt und danach jede einzelne Strähne achtmal geglättet, damit das Produkt sozusagen ins Haar eingearbeitet wird. Die Glättung hält circa zwei bis drei Monate. Ihr könnt die Produkte ganz einfach zu Hause selbst anwenden und spart auch noch eine Menge Geld. Und mit Maggie20 bekommt ihr nochmal 20% Rabatt.